einen wunderschönen guten tag zusammen und herzlich willkommen zum ersten webinar der webinar reihe futures handel zur us-börseneröffnung mein name ist nelson carduso neto und ich begrüße sie im namen von fx flat ich freue mich sehr dass sie auch in diesem jahr wieder dabei sind und natürlich freue ich mich umso mehr dass wir die veranstaltung weiter mit heiko bären zusammen machen dürfen und können und schon mal vielen dank vorab nochmal heiko und bevor ich rüber zu den risiko hinweise gehe wünsche ich ihnen natürlich alles gute und viel erfolg für das neue jahr den einen oder anderen hat mich ja bereits schon am freitag gehört nichtsdestotrotz wünsche ich ihnen wie gesagt alles gute so dann wechseln wir mal rüber und ja wie immer dient dieses webinar nur zu schulungs- und informationszwecken unabhängig vom inhalt heute auch wenn der heiko vielleicht den einen oder anderen trade macht müssen sie ihre eigene entscheidung treffen und dürfen dieses event bitte nicht als handelsempfehlung oder anlageberatung verstehen das ist sehr wichtig auch in diesem jahr okay dann lieber heiko übergebe ich sage in den bildschirm und wünsche natürlich viel erfolg aber auch viel spaß ja vielen lieben dank so ja dann mal herzlich willkommen auch von meiner seite zum heutigen start des webinars oder der webinar reihe wieder bei fx flat ich hoffe ihr seid gut durch die tage durchgekommen durch die feiertage gut ins neue jahr gestartet ja und wir werden mal schauen ich habe es heute leider nicht geschafft noch mal richtig inhalt vorzubereiten aber wir hatten ja heute news gehabt wichtige news und die was für ein setup ich da handelt dass da kann man auch darauf eingehen vielleicht das thema news trading ansonsten habt ihr natürlich auch die möglichkeit mir fragen zu stellen auf die ich dann auch gerne eingehen werte oder eingehen darauf eingehen kann ich das hier nicht zu verschieden ihr seid nicht muss immer noch dass ich eure fragen sehe auf einem anderen bildschirm wenn es dann fragen gibt wir sehen ist schon alles da so ja was ihr seht ist mein trading bildschirm und dargestellt ist hier der mini nestec future heute mein ist auch mein erster handelstag ich habe heute das erste mal auch hier in der plattform gehandelt und ja mal sehen wie es denn heute läuft aktuell ich hatte vor ein paar trades im nester gemacht war nicht ganz so erfolgreich bin da leicht im minus hier seht ihr die beiden trades 30 dollar zu den news verloren habe da ein short trade gemacht leider kam der markt nicht noch mal da vorbei wo ich wollte bin dann im verlust ausgestiegen und dann habe ich hier noch einen long trade gehabt der hatte eigentlich schon ganz gut den er hatte schon ganz gut den verlust hier wieder rausgeholt aber der markt ging denn hier kam halt hier zurück hat mich halt ausgestockt genau so und dann bin ich schnell losgeflitzt weil ich mir meinen kaffee machen wollte ich bin leise wo es eigentlich hängt hier über dem bildschirm jetzt eigentlich gut zu hören aber ja kann natürlich gerne auch eine andere feedbacks geben aber genau und dann bin ich schnell losgerannt habe noch einen kaffee geholt weil ich gemerkt habe ich aber keinen kaffee gut gut also von daher hat das news trading als solches nicht ganz so gut geklappt aber da würde ich heute noch mal drauf eingehen weil man die news der dog handelt ja auch immer die nfps der hatte ja einen rein seinen technischen ansatz und ich habe auch so ein news ansatz gibt eigentlich zwei möglichkeiten und funktioniert halt nicht jeden tag man muss natürlich auch gucken wie das risiko und das risiko hier streut und das würde ich vielleicht jetzt mal darauf eingehen und dann würde ich gerne auf die analyse des marktes eingehen und ja mal sehen ob sich aus dem heraus dann nachher noch der ein oder andere trade ergibt als hinweis ist ich handelte zeit in anführungsstrichen relativ privat relativ wenig in dem in dem metatrader hat den grund dass der nestek in letzter zeit doch sehr sehr schnell ist dass ich der zeit eigentlich eher vorwiegend hier in zum chart handel das coole ist aber auch man ich habe auch noch eine andere plattform mit der kann ich sogar dem metatrader und fx flat verbinden und kann aus einem richtig coolen dom heraus handeln also oder ich handel dann heute also nicht heute aber sonst aus diesem dom hier heraus da das geht auch ganz cool also wenn ich das hier den kann ich hier mit dem metatrader oder mit fx flat vielmehr verbinden und kann dann hier raus dann entsprechend handeln und da geht es natürlich ganz einfach wenn ich da handel so ich bin natürlich jetzt hier kein schreck genau so ja warum warum zurzeit wenig im metatrader im metatrader ich weiß gar nicht gibt es eigentlich der durch hat zwar so ein tick chart aber ich brauche zurzeit weil die wohler teilweise so hoch ist habe ich hier so sekunden chart offen oder ich nutze hier so ein tick chart und ja handel denn da drin genau das vielleicht noch mal dazu also meistens handel ich jetzt in fünf sekunden chart ja weil es einfach teilweise so schnell geht halt am markt oder die kerzen durch sind vielleicht das auch noch mal dazu oder vielleicht auch für ganz kurz bevor man da weitermachen wir euch jetzt gerade hier bei dem tool bin ist ihr habt ihr die möglichkeit bei euch die atr einzubinden und worauf ich hinaus möchte ist wenn man sich mal anguckt wie hoch die schwankungsbreite auch jetzt im minuten chart ist entweder man passt sein cfd halt an oder man muss halt gucken ob man überhaupt da den future handeln kann falls der halt falls die volatilität zu hoch ist der und man solche weiten stops hat gar nicht haben möchte also als beispiel gestern war die war die schwankungsbreite auch wieder relativ hoch über 20 punkte jede ein minuten kerze und bei einer ein minuten kerze im mikro für den ich jetzt hier handeln sind 20 punkte 40 dollar in der minute plus minus ja und im großen also im nestek mini future sind 400 dollar innerhalb einer minute so wenn ich jetzt zwei minuten in die verkehrte richtung der markt dann steigt oder fällt ja und ich verkehrt drinne bin muss ja grob 1000 dollar oder vielleicht im mikro future dann 100 dollar an risiko eingehen für wen das natürlich vom risiko her okay ist der kann das ja mit seiner skalierung halt einfach machen es gibt ja auch leute soweit ich weiß also die ich auch kenne die ja bis zu zehn mikro kontrakte halt handeln und dann jetzt vielleicht dann nur noch eher drei oder sechs handeln so was in der drehe als maximum größer genau und der hier rechts dass der linia trader der hat so ein tool da sieht man hier die schwankungsbreite also das kann man ja auch selber kann ja auch selber gucken wie die range ist aber hier lässt sich einfach mal optisch ganz gut einblenden oder zeigen fürs damit man was so ein gefühl bekommt ich mache mir hier die gestrige eröffnung an ihr seht oben ist ein minuten chart dargestellt und hier drunter ist einfach die nichts anderes als die handelsspanne vom hoch zum tief einer ein minuten kerze dargestellt und ihr seht es ja hier selber dass wir hier über 30 bis 40 punkte liegen mal zeichnen das hier mal kurz ein also hier sind 30 punkte und hier 45 punkte oder machen wir mal 50 punkte ja das heißt im nasdaq mini future sind das halt bei 50 punkte sind 1000 dollar plus minus innerhalb einer minute die eventuell der markt hat hier also leisten kann also wenn man hier so eine kerze erwischt und man hat hier vielleicht den long trade gemacht kann es sein dass man dann direkt ein tausender um die ohren bekommt wenn man halt den mini future handelt im micro future werden seit 100 dollar in der minute aber es ist durchaus also für mich auch schon auch eine nummer zu sagen okay ja ich riskiere hier 200 bis 300 dollar pro minute dass das muss man natürlich dann halt gucken wie man das halt im trading hat verpasst gut also das vielleicht noch mal hier einfach dazu ab 17 30 dann wurde die volatilität ein bisschen geringer mit 20 punkte pro ein minuten kerze wir können ja einfach mal spaßenshalber noch mal gucken was es auch für den fünf minuten chart bedeutet von der volatilität her so und das sieht dass hier jetzt im fünf minuten chart gestern die eröffnung 60 bis 90 punkte in einer fünf minuten kerze und dann ging es halt runter dann auf 30 punkte hier am abend ist schon ganz schön wild also da muss man auf alle fälle wenn man den erst der kandel zurzeit aufpassen vorteil ist wenn man es schafft es schaffe ich aber relativ selten eine position zu halten über fünf minuten weil halt die schwankung so groß ist nur als beispiel wenn man jetzt hier so eine fünf minuten kerze in der nachbetrachtung sieht es immer relativ easy aus aber wenn man jetzt hier sondern vielleicht sich so eine kerze rauspickt dann ist es schon so dass diese kerze wenn sie dann hier beginnt eventuell eventuell diese diesen verlauf x mal macht das heißt wenn ich genau zum open drin war kann es halt sein dass der marktanhalt bis dann also bis die fertig ist am ende fünf mal zehn mal zwischen ein plus minus oder plus minus null entry rum ist rumeiert oder ich mehr im minus bin und kurz vor ende der fünf minuten kerze der markt dann halt erst da ich ins plus komme also nicht so jetzt wie in dem bild wie man vermutet dass der markt halt einmal runter geht einmal hoch geht ein bisschen runter und dann ist die kerze sind die fünf minuten halt fertig und es entsteht dann hier genau diese kehrt hat genau diese kerze die ich jetzt hier gerade im fünf minuten chart abgegriffen habe so hier kommt er dort oben drauf so und der die lunter genau also da dass dem ist halt so nicht dass das nur einmal läuft er sondern es läuft halt x rein und her wenn wir uns also manche charts oder manche fünf minuten kerzen anschauen da kriegt man denkt man auch was denn hier los also es hat nicht so gleichgerichtet wie man sich das vorstellt manchmal genau deswegen ja ist es halt schon schwer über fünf minuten chart reinzukommen ich kann selber also selber komme ich relativ selten in eine gute position zurzeit rein also es ist schon schwierig dennoch ist es ja heulen auf hohem niveau wenn der tag halt im plus endet dann ist kann man sagen okay klar in der nachbetrachtung kann man es immer besser machen gut dann kommen wir zum news setup wenn ich meine linie die ich oben hatte hat doch ganz gut reagiert nicht schlecht wenn man erst mal gucken woher ich diese linie gezaubert habe so dann gehen wir mal kurz in das news setup rein also ich habe es heute nicht gut umgesetzt ich habe es nicht gut umgesetzt und man hätte es vielleicht sogar auch andersrum umsetzen können ich mache es mal hier andersrum statt schwarzer bildschirm schwarz also news setup relativ habe ich schon auch öfters erklärt und ist eigentlich total simpel gibt am ende zwei zwei möglichkeiten das zu handeln das heißt wir wissen okay jetzt kommt gleich news das heißt das ist unsere unsere linie und uhrzeit zum beispiel jetzt hier heute 14 30 so 14 30 und bis dahin läuft halt der chart wir haben dann halt irgendeine kerze die dann schließt um 14 30 ich brauche hier einfach mal so eine kerze dran so keine ahnung so so schlusskurs der kerze wäre dann als beispiel hier so das kann man sich dann optisch mal ins in so gucken wo denn der schlusskurs ist kann sich da eine waaggerechte linie von mir aus hin machen und der das erste ist die erste richtung ist die verkehrte und so gesehen habe ich es heute ein bisschen verkehrt gehandelt aber manchmal ist man halt auch ein bisschen zu langsam also was sollte passieren bei dem bei der bei der variante eins ist es so der markt geht hier erstmal als beispiel ist egal ob jetzt hoch oder runter der markt geht hier nach unten und sollte im besten falle nimmt man hier ein paar punkte mit innerhalb der ersten minute innerhalb der ersten minute dann wieder vorbeikommen wenn der markt hier vorbei kommt macht man folgendes man geht dann hier einen long trade ein und setzt darauf dass die algos halt einfach einmal jetzt nach unten das abge also einmal nach unten durchgewischt haben und dann ist halt die andere seite dran so und dann sollte der markt hat hier sollte man long gehen stop loss kommt dann hier drunter wird dann halt im sekunden chart oder minuten chart dann halt nachgezogen und dann im besten falle nimmt man hier ein paar punkte mit man kann mit trailing stop arbeiten mit tps mit der lpo oder was auch immer das könnt ihr natürlich entscheiden als exit er hat die lpo auch zu nutzen macht natürlich auch viel sinn das ist die variante 1 und nach einer variante 1 gibt es auch noch eine variante 2 variante 2 ich verlängere einfach mal den strich und dann kann ich ja noch mal zeigen was ich heute nicht da gehandelt habe und dann natürlich in der nachbetrachtung zu wissen dass es halt nicht gut war aber so ist es immer variante 2 ist dann am ende nicht dass die erste richtung die verkehrte ist sondern dass die erste richtung dann auch die richtige ist also es gibt auch durchaus news wo der markt halt ab den news nach oben kommt kommt zurück im besten falle man kann es mit einer auger kriegt man das auch hin was ich keine ahnung der erste move hier 30 punkte nach oben da kommt der markt hat hier 40 punkte zurück oder so und wenn der markt dann halt hier anfängt wieder zu tendieren dann wäre die überlegung hier einen long trade zu nehmen ein long trade zu nehmen als einstieg im trend um dann halt hier mit diesen starken news dann lang zu gehen also einmal erste richtung ist die verkehrte und hier kann es durchaus sein dass sich das hier eher weil der markt ja ansteigt zurückkommt und dann sich anfängt kurz zu stabilisieren in so einem bereich weil halt dann doch irgendwelche trader halt da dem markt dann stoppen aggressiv reinkaufen oder limitiert sogar kaufen und damit dann das vielleicht ein oder zwei minuten dauert und ich sage jetzt mal das sollte hier passieren so richtung zwei bis vier minuten oder von mir aus auf fünf minuten wäre so die idee das sind die beiden setups die man handeln kann wichtig wäre halt also auch bei denen bei der variante eins dass der markt nicht zu zu weit weg geht also wenn du jetzt irgendwie natürlich mal als beispiel das hier sind in der in dem bild sind das jetzt hier keine ahnung 30 punkte kommt aber auf dem markt drauf an als beispiel im dax oder messe da sind natürlich 30 punkte dann wenig und jetzt nehmen wir uns das gleich mal noch mal so und der markt bewegt sich dann hier in der ersten minute 200 punkte als beispiel dann ist natürlich klar kann man da nicht 200 punkte warten bis der markt wieder da hoch kommt sondern dann kann man überlegen ob man halt hier vielleicht nur umkehrmuster aussieht wo man vielleicht denn hier noch ein paar long trades machen könnte ja klar dagegen spricht natürlich die variante zwei dass der markt halt hier nur ein bisschen korrigiert und dann wieder runter geht also das spielt sich alles vom zeitraum wo die frage kam in einem bereich von 1 bis 5 minuten ab und dann sollte es halt klar sein dann können wir ja mal auf mein trade gehen um einfach noch mal zu zeigen was ich da heute gemacht habe vielleicht man kann ja auch hier glaube ich ja auch so die einzelnen schritts genau also ich habe folgendes gemacht wenn man es ganz 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 genau nimmt habe ich es heute verkehrt gehandelt wie ich weiß da noch mal ein bisschen besser zeigen kann hole ich mir mal hier nochmal den den chart vom nesterk her mit meinem und gucken welche das hier ist wo ist dann habe ich aus versehen zugemacht den chart aus versehen zugemacht okay dann nehmen wir den hier haben wir ein paar charts hier auf dem sonder geht es immer auf den sekunden chart und schauen uns mal an wie die news hier rausgekommen sind und weil hier kann ich das im sekunden chart noch ein bisschen besser zeigen ansonsten was natürlich genauso gut geht dass auch atas die sehr auch sehr sehr gut sind und auch herr fx hat der mit attas eine kooperation so wenn man es jetzt hier ganz genau nimmt hätte ich eigentlich eher in den long trade machen müssen ja wir sehen dass es jetzt hier 14 uhr 29 59 sekunden und ihr seht das mit dem news setup ja habe ich es am ende verkehrt gehandelt ja in der nachbetrachtung ist es halt immer einfacher so ich zeige euch jetzt hier das ist sozusagen die letzte sekunde das ist der schlusskurs und wenn man zeit richtig gemacht hätte so wie ich es gerade erklärt habe erste richtung ist verkehrte wir sehen innerhalb von einer sekunde fällt der markt circa 35 punkte runter und dann fängt er an zu steigen und stellt euch vor ihr hättet ihr den long trade gehabt an der stelle oder an ähnlicher stelle dann wären in den nächsten 1 2 3 4 5 sekunden wäre man nicht hier 50 punkte vorne gewesen also fünf sekunden gerade mal und hätte sicherlich mit dem tp oder wie auch immer keine ahnung mal 20 punkte geholt wie auch immer man was man daraus gemacht hätte aber man sieht dieses setup ist ganz klassisch gelaufen variante 1 erste richtung ist die verkehrte sicherlich vielleicht ein bisschen zu schnell wenn das halt ein bisschen länger gedauert hätte ist vielleicht auch ganz gut was habe ich gemacht ich habe dann gedacht okay der markt kommt hier deutlicher nach unten und habe hier den short gesucht dann einen short trade hier und warte ne jetzt warte ne wir sind ja hier im sekundenchart da ist das ja alles von der zeit von der zeitfolge ein bisschen später so okay so jetzt kann ich euch ein bisschen besser zeigen weil das ist das wie es heute gehandelt habe da noch mal genauso das müsste passen wie spiel 4 minuten gut okay passt jetzt habe ich es so jetzt zeige ich euch so der markt ist ja relativ weit angestiegen wie gesagt das ist ein sekundenschart jede kerze hier ist eine sekunde was natürlich auch schon krass ist das hat innerhalb einer sekunde wir eine 20 punkte kerze sehen oder was auch immer das sind oder 15 punkt 25 punkte in einer sekunde das darf man nicht vergessen das ist in der nachbetreuung das hat nur ein chart das lässt sich in echt und älter echtzeit kaum so handeln außer man ist ein alkohol und ist programmiert ja dann spielt der zeit eher eine untergeordnete rolle aber für uns die jetzt mit hand auge koordination das machen eine sekunde ist natürlich verdammt schnell ich habe dann aber gesehen dass wir hier klar ist ganz ganz einfach wenn die kerze von ihrem startpunkt aus von weiß auf schwarz switcht dann ist natürlich so dass der markt dass man natürlich dann sieht okay die kerze könnte wieder nach unten fallen also ich bin davon ausgegangen unten abgeholt oben abgeholt die news kamen ja in line eigentlich raus nach okay wenn sie jetzt diese news hat abverkaufen dann versuche ich hier einen short trade und ich habe dann hier einen short trade reingenommen eine zwei position dann ist der markt relativ weit hoch gelaufen und dann habe ich hier noch mal glaube ich hier so in dem bereich nachdem der markt dann die kerze noch mal hoch gelaufen ist noch mal einen zweiten short rein und ich war hier plus minus null gewesen mit dem trade und habe dann aber gesehen das kann natürlich auch sein dass es hier war weiß ich nicht mehr glaube eher hier doch das ist ja auch jetzt egal ja also auf alle fälle habe ich gesehen dass der markt genau an dieser in diesem bereich hier stehen geblieben ist einmal und zweimal und ja genau und ich werde hier war ich plus minus null mit den beiden trades um mein exe dann aus der position mit den minus 30 war glaube ich hier so in dem bereich als ich gesehen habe dass der markt halt dieses level die 15.880 im future halt zweimal hält heißt okay aufgabe ich muss aufgeben was auch gut war denn wenn man sieht was der markt dann hier gemacht hatte danach war das die richtige entscheidung also das heißt dieses level was ich hier hatte worte am ende also ich war mit meinem short am ende zu tief drinnen und ja und bin dann aber zum glück rechtzeitig raus und das können wir uns ja auch noch mal angucken also ihr seht es hier da nach vier minuten genau nach vier minuten der markt testet hier hier habe ich noch einen teilverkauf gemacht bei plus minus null wo ich gedacht habe der kommt dann noch mal runter und das ist ja genau der test nachdem der test ich hier plus minus null mit der position war bin ich dann raus und dann waren es dann minus 30 dollar genau das hier ist einfach nur ein klassischer breakout durch das hoch kann man im nestek immer mal machen wenn es sehr dynamisch ist dass man über einem hoch auch long geht ja genau so und im sekundenschart wie gesagt war es der dip hier habe ich oder sogar plus gesehen plus 10 dollar oder so habe ich gesehen und dann schnippte der markt hoch und das war dann für mich der exit so und jetzt möchte die minute hier an da seht das genau da seht das da ist das war der sekundenschart hier und das war diese stelle dann genau und als als der markt hat von der kerze hier angefangen hat da ins in 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 auf rot zu drehen da habe ich dann den schrott reingenommen und dachte wenn das hier oben eine schöne eine schöne dort bleibt ja und gedanklich habe ich dann schon gesehen für mich dass der markt hier vielleicht der noch eine folge kerze nach oben macht nach unten sorry so wie was jetzt gelb dargestellt habe und dachte okay wenn jetzt noch ein bisschen hoch kommt und trotzdem abverkauft aber die lunden hier in den nachfolgenden ein zwei minuten das hat mir schon nicht gefallen und deswegen habe ich dann an der stelle entschieden heiko du musst aufgeben deswegen hier der exit und danach ist der markt ja was sind das hier 60 punkte gestiegen wenn ich überlegt 60 punkte da hätte ich keine 30 dollar verloren oder 30 euro verloren da hätte ich wahrscheinlich 300 verloren das waren ich weiß nicht drei oder vier kontrakte die ich da hatte 60 mal bei dreien sind mal 6 60 mal 6 sind 360 dollar die ich dann irgendwo verloren hätte wenn ich den stop loss darüber also von daher sind die 30 dollar 30 euro sind ja vollkommen okay ja also ist für mich und jetzt kann man und das ist auch vielleicht noch ein thema was viele was ich auch immer wieder leute die in meinem grundkurs sind in meiner skateprobe sind gestern auch aber auch jemand dabei der ist relativ negativ ja ich kriege im nestek nichts gebacken und so dann ich sage schick mal deine trades und dachte ich mir mensch die trades sind doch vollkommen okay und auch bei 30 dollar klar sind oder 30 euro minus sind natürlich 30 euro minus plus natürlich mit unserer neuen gesetzgebung sind es halt ein bisschen mehr weil die verluste davor die gewinne davor ja schon reduziert worden sind aber da ist es dann halt so dass wir am ende dass ich am ende sagen muss es war die perfekte beste entscheidung die ich hätte treffen können jede andere entscheidung jedes andere zögern hätte am ende nur mehr gekostet und das sich aufs tableau zu schreiben sagen okay dass das hätte richtig gekostet das ist auch eine gute entscheidung zu sagen alles richtig gemacht also stellt euch vor ich hätte hier nicht zugemacht den trade ich habe dir jetzt nicht zugemacht aus angst oder was sondern ich habe gesehen dass der markt hat mehrfach diesen bereich hat gekauft hat und nicht verkauft hat und deswegen habe ich dann hier entschieden und die nachfolgende minute da war ich dann schon da dachte ich alles richtig gut so das vielleicht so meine story zum heutigen tag wie gesagt heute der erste handel hier in dem account so jetzt gucken wir mal was denn der markt heute so leisten kann also der markt ist offen ich werde wie gesagt also mein heutiges tagesergebnis sind aktuell minus 88 euro 78 nur zu informieren ohne den ganzen abzug wäre ich im plus genau ich habe davor heute ich hatte heute auch heute früh noch mal im nasdaq auch paar gewinn trades gehabt und da sind die da mit drin und ne endlich paar ein solcher übertrieben hier außer denn ach da genau hier breakout also wollte ich eigentlich gar nicht handeln glücklicherweise muss man sagen also das ist kein bewusster trade weil ich eigentlich so früh was haben wir es da gehabt hier 9 uhr 30 eigentlich da nicht handeln aber ich habe da gerade die plattform eingerichtet und dann hier habe ich irgendwie hier drüber bin ich hier drüber geswiped irgendwie und habe gekauft und sagte okay dann machst du halt breakout trade und ja dann sprang der trailing stop an und dann ging es ja aber auch schnell raus wieder genau im zufall mal glück normalerweise passiert mir das sowas nicht da muss ja auch dazu sagen so jetzt kommen wir mal zu unserem markt wenn du was der heute macht ich mal mal blende das mal wieder aus aber das jetzt denn eher störend ist so währenddachs hatte ich auch den einen oder anderen gewinnscheid noch gab deswegen passt das soweit muss erst mal nelson freistellungs auftrags hier zu kommen lassen auch das ist ein großes thema ja ich sage ein großes thema in diesem jahr ja genau ja ja so genau so dann gucken wir uns das mal also wie gesagt ich werde wir werden mal gucken wie die wohlheit reinkommt ob ich hier den den nestek jetzt damit dazu nehme oder nicht ich habe echt aus versehen mein handels chart zugemacht nein so also bei der wohl erwarten auch mal erst mal ein bisschen ab dann machen wir es hier also auf das ganze mal hier auf voll bild so gut kann ich nicht mal so dann ziehen wir es ja uns mal so hin dass es schön aussieht ja krass eröffnung gut also form chartbild her wir ich würde mal sagen wir fangen mal oben an wie wie sieht das ganze von oben aus aus um halt rein analytisch mal zu gucken wie wir den markt heute hier greifen könnten wie gesagt wir sind hier im daily chart und das ging am montag ging die story ja schon los wir hatten hier einen guten unterstützungsbereich den der nestek um keine ahnung wie viele punkte 300 punkte unterschritten hatte mal hier gucken ja um 300 punkte unterschritten hat und am ende des tages das ding wieder gekauft wurde also hier ganz grob dieser unterstützungsbereich dann im gestrigen handel konnte diese hammer kerze wenn man so möchte überschritten werden wir sind weiter angestiegen und haben jetzt ist geschafft das tages hoch vom sechsten ersten platt zu machen und wir sehen hier dass das der markt ja an dem letzte woche freitag dürfte das glaube ich gewesen sein ist der markt der sehr dynamisch nach unten gefallen also wir haben eine richtig lange habe ich jetzt mal rot eingezeichnet lange kerze das heißt wenn solche kerzen so lang auf der einen seite sind kann es durchaus sein dass diese kerzen genauso schnell auch wieder zurückgekauft werden markiert habe ich dann hier noch dass das nächste höhere tag ist tief bei 16.138 25 und dann habe ich hier noch markiert einmal das hoch und von dort aus ist der markt einmal angestiegen runtergelaufen dann ging es halt hier weiter und das könnte ja vielleicht in der intern in dieser internen range eventuell einen punkt sein wo der markt reagieren kann muss jetzt aber nicht zwingend also im tag ist schad ist auf alle fälle platz nach oben in richtung 16.138 und auch bis zum hoch hier und denn erst der kann auch natürlich lange stricke machen vorbürstlich gesehen und das ist halt jetzt die frage vorbürstlich gesehen haben wir ja schon eine starke bewegung hier auch gehabt also der markt hat hier eine lunde ausgebildet ist relativ gut gelaufen also der kerzenkörper sieht jetzt aktuell mit der vorbörse schon relativ gut aus die frage die sich jetzt halt nur für mich stellt ist kann der markt dieses weiter ausbauen das heißt sehen wir dass der kerzenkörper sich nach oben hier verlängert oder sehen wir dass die amis sich denken in der mensch inflation fettes thema für tech werte ja eigentlich nicht ganz so gut weil mehr zinsanhebung was auch immer dazu führt dass sich einiges auch verteuert kredite mäßig und so weiter und das dazu führt dass das eigentlich eher die tech werte belastet und deswegen wäre natürlich die die andere möglichkeit dass der markt diese hochsteine jetzt schlussendlich hier abverkauft und wir dann vielleicht auch unterhalb des tages hochs vom sechsten ersten drunter fallen und dann hätten wir wieder eine auf tieferem niveau trading range also das wird sicherlich spannend werden wie sich da die märkte verhalten bis jetzt reagiert der markt ganz gut hier an der 1.984,25 wie gesagt das sollte hier die sein aber es ist eigentlich gar nicht die 7a sind eigentlich die 87,25 habe ich jetzt hier mal gerade anguckt so um ganz genau zu sein gut dann gehen wir mal eine etage tiefer vier stunden schadbar habe gucke ich eigentlich weniger rein aber wenn man hier so das macht dann sieht man hier vielleicht schon noch mal so ein bisschen wo der markt hier dran rum geeiert ist hier in diesem bereich bevor es dann halt weiter ging oder muss man so in dieser bereich und da sind wir jetzt hier auch in diesem bereich ob der markt da halt auch so wieder rum eiert werden sehen wie gesagt ist ein ziemlicher bereich wo der markt wenn er halt von unten gegen läuft hat auch wieder zurück laufen kann als beispiel wir sehen es hier ist der markt von unten gegen gelaufen nicht ganz so hoch jetzt gelaufen und dann eher wieder runter hier auch von relativ weit unten bis da hoch gelaufen denn am folgetag doch oder in der nacht dann auch wieder nach unten und hier ja mit dem reversal da ist der markt dann halt nach der konsolidierung weiter gelaufen und deswegen kann das schon im bereich halt sein der nächstmögliche bereich ist dann die lange außen kerze die wir hier haben die dann wieder zu neutralisieren und da habe ich einfach auch nur schlusskurs eröffnungskurs mal von der kerze paar punkte was denn für mich denn hier auch im widerstandsbereich eventuell werden könnte und dann ja hier dass das tagestief was fast ganz gut als wick kiss funktioniert hat auf paar punkte verpasst auf der stunde jetzt ist es ok und das wäre die idee also idee für long oberhalb der 84 87 dann weiter richtung 38 zu gehen sollte die stunde hier tief schließen dann vielleicht hier ein retest tageshof vom ersten vom sechsten ersten und dann eventuell hier auch weiter runter genau so jetzt können wir hier nochmal das sieht jetzt auch schon mal ganz gut aus hier mit der reaktion also das passt jetzt genau zu dem was man da vorher analysiert haben also mein ziel ist halt auch immer dass ihr das auge offen habt und euch vorstellen könnt dass das hat an so einem an so einem punkt halt auch der markt hat fallen kann viele haben damit arke schwierigkeiten und die wie gesagt die idee ist ja halt zu sehen okay das ist halt jetzt sicherlich nicht auf den punkt genau aber auch hier ist der markt hat angestiegen und gefallen angestiegen und dann doch gefallen und warum nicht auch ansteigen und fallen also die vorstellungskraft braucht man da halt auch ein bisschen genau so dann würde ich mir mal hier noch das tageshoch einzeichnen einzeichnen machen wir uns auch eine linien maße mal anders farbig dass man einfach das als tageshoch erkennen genau waren es 96 98 5 gut so und dann dann ist das hier für die stunde man kann das natürlich dann aufdröseln bis 100 in 5 minuten chart ich lasse das jetzt mal hier für euch so drin ja jetzt sind wir hier die sehr volatile eröffnung da musste man gucken da drunter habe ich noch den 15 minuten chart der das sein hat auch noch mal anzeigt und hier kann man jetzt ja die linien kann man dann ja auch übertragen jetzt kommt die grüne linie die war bei 98 98 98 98 50 so und dann haben wir ja hier noch so eine blaue linie so und dann die 32 erst mal noch so so jetzt mal gucken hier ob man hier einen trade kriegen also was auffällt jetzt für den intraday handel hier aktuell gerade ist der bereich der hier jetzt nun ganz gut ganz gut machen wir das mal als gepunktete linien damit man mache ich das so blau genau also hier sehen wir aktuell ja dass der markt stark nach oben stark runter dann runter und hier der diese reaktion hier zeigt dass der markt jetzt vielleicht doch auch ein bisschen power auf der unterseite hat wo man aber aufpassen müssen ist gewiss kommen dann genau in den bereich rein die werde ich mir gleich noch mal rausholen wo ich ja mein mein short trade dann gemerkt hatte dass der ins loss läuft an der 15.879 waren das dass man dort nur vielleicht bis dahin handelt und halt aufpasst dass man da nicht in der lunde rein rennt mit dem short trade weil der markt halt hier ja auch sehr schnell wieder drehen kann also wir sehen jetzt hier gerade ja 20 punkte in der minute hin und her und ihr seht ihr wer jetzt mal einfach nur beobachtet wie oft die kerze eventuell die farbe wechselt ja die war jetzt eine knalle weiß bis da hoch und ist jetzt wieder schwarz ja und die minute ist ja noch nicht rum und es kann sein dass am ende doch wieder oben schließt oder doch wieder unten schließt ja und deswegen sau gefährlich auch da dran so jetzt ist er jetzt ist sie wieder weiß jetzt haben wir schon einmal nur in den letzten 20 sekunden weiß schwarz weiß schwarz ja und deswegen das ist dann schon so wo man sagen muss das ist schon heftig also hier weiß die rechte an nicht was die linke machen soll gerade und das liegt halt auch daran dass das volumen halt was hier zur verfügung steht halt relativ gering ist ihr seht das hier vielleicht jetzt nicht aber deshalb ist auch ausgeblendet weil es man sowieso nicht lesen kann aber hier stehen 1 2 3 4 also es gibt wenn wenn mehr als acht kontrakte auf einer seite hier stehen würde dann würde man das sehen wollen dann ist es blau oder braun unterlegt aber ihr seht hier die markt tiefe ja 1 1 bis 4 kontrakte ja so und ich kann das hier mal löschen und dann sieht man jetzt hier wie das wie das da ausschaut und man hat gar keine chance das zu erkennen wie das hier hin und her geht ja und da sind mal 20 punkte drei kontrakte so hier hat man es gerade mal gesehen aber diese 30 kontrakte im limit bei die werden halt in einer ja bei was denn waren es eine sekunde ihr habt es wahrscheinlich gesehen und dann sind sie weg guck mal hier die 112 kontrakte hat man überhaupt nicht gesehen ja und trotzdem wurden sie gehandelt oder hier unten 66 das sieht man nicht die zahl steht halt einfach nur da ja und von daher ja da weiß ich okay der markt ist halt ein bisschen crazy und ja kaum zu fassen na also da kann schon sein dass wird das dann auch besser ist einfach mal ein bisschen abzuwarten oder halt mit ein oder zwei kontrakte bisschen rum zu titeln zu sagen okay mal gucken vielleicht erwische ich ja was also hier so eine kontrakte spielen halt keine rolle so mal 20 oder so oder mal 100 wenn er 100 seht werden eigentlich in so einer phase ja unter einer sekunde wird das weg gehandelt ja und genau was was man immer wieder sieht ist dass halt alle typischerweise so alle fünf punkte also auf der 90 85 oder dann auf der 50 später da sind immer große kontrakte also die märkte handeln sowas schon ganz gerne die ist ein bisschen untypisch die 96 75 aber hier 15.900 als großes level naja genau also wir haben so leichten verkaufsdruck da die werden zwar weggehandelt die 23 aber der markt handelt tendenziell immer so ein bisschen da drunter also kann man sagen wir haben es ja schon ein bisschen leichter verkaufsdruck ist hier schon im markt drin mal gucken was als reaktion passiert an der 80 hier ob der markt dann nochmal genauso reagiert wie vorhin ja wie gesagt das sind jetzt hier ist sind das die kontrakt zahlen von nur zwei minuten die wir jetzt gerade gesehen haben und ihr seht ja also man kommt damit ein auge kommen daher ich könnte hier noch die time and sales liste laufen lassen da würde man hier die sprünge sehen die der markt hier macht ja absolut abgefahren so gut womit hängt das zusammen mit dieser volatilität die hängt damit zusammen dass der markt halt schon auch ja zum einen algo getrieben ist und zum anderen ist es so dass in der kasse also in den einzelwerten wir auch teilweise recht heftige sprünge oftmals haben also bei den werten die sich sehr schnell und dynamisch verändern und dann kann das hier auch entsprechend so passieren genau aber vorteil ist halt wenn man es auch mit dem sehr weiter halb automatisiert hat handelt kann das dann schon ganz nett sein so ich mache folgendes ich schaue mir mal meinen x-frame her was ich ja sonst habe so gab es denn noch fragen also wenn ihr fragen habt zum handel und dann gerne her damit ja also wenn ihr sagt ja ich kann die mal gut handeln nee kann ich nicht gut handeln wie gehst du mit x y um also nimmt nimmt euch ruhig die zeit tippt die frage ein kann kann ich gern drauf eingehen so ich muss ja feststellen dass das ganze layout ich habe ja wahrscheinlich wurde automatisch bei mir also obwohl ich das eigentlich immer verneine aber irgendwie habe ich doch eine neue metatrader version ich weiß gar nicht was für eine also die metatrader 5 habe ich heute ja das erste mal aufgemacht sieht auch recht schick aus hoffen wir dass das alles alles der trader tools dann da gehen gut also im hintergrund der jetzt den fünf minuten chart hier eingeblendet wir sehen hier ein paar tochter lund muss man halt mal sehen wie man das hier händeln also jetzt finde ich der abprallert hier an dem lokalen also an dem tageshof bei der 895 finde ich schon ganz recht interessant vielleicht geht man hier mal ein paar punkte mal sehen da hat er sich jetzt ja ganz gut stabilisiert aber wenn dann ist es halt auch wirklich so es sind halt ein paar trades die relativ kurz sind weil wie gesagt auch die weiße kerze die jetzt weiß es weiß ich nicht ob die die hat jetzt durch in den letzten zehn sekunden weiß geworden aber man kann es nicht wissen oder ich kriege es nicht gehalten wenn die kerze die fünf minuten kerze entsprechend 30 punkte hoch geht und dann wieder 30 punkte runter geht ja gut also hier und das ist auch ganz klar man muss hier in der phase wo der markt so schnell ist auch schnell sein also wenig handeln weniger handeln sage ich jetzt mal und weniger handeln und ja bei der volatilität kann man jede sekunde eine chance kriegen ja und deswegen ist es hier besser ein bisschen weniger zu handeln auch so lange zu warten bis man für sich gedanklich eine struktur gesehen hat ja und und dann kann man sagen gut dann handel ich halt so ich gucke mal ich werde mir mal ganz kurz einen blick und die in der kasse holen wie die kasse hier ausschaut also die einzelwerte um da auch eine idee zu haben ist auch immer ganz interessant falls man in in den einzelwerten massive bewegungen hat also das gewisse werte wie jetzt auch den einen tag die tesla die da so marschiert ist wie die sau wo man sagen kann okay solange die aktie halt läuft ist es durchaus okay da eher die long seite zu fokussieren oder auch den anderen tag als die den einen tag microsoft zum beispiel als schwergewicht die wurden den einen tag mal richtig massiv verprügelt und da auch in den rücksetzungen versuchen den schrott zu handeln wenn die sehr stark also wesentlich stärker fallen als der gesamtmarkt dann ist das eigentlich immer ganz gut da ein bisschen mit zu gehen ja gut also der april hier am hoch vom vom tages hoch vom sechsten ersten sieht jetzt ganz gut aus wir sind jetzt hier schon 50 punkte wieder weg also ich habe jetzt hier kein trade bekommen sehr ist jetzt ein bisschen mehr richtung hier drin mal sehen wie es jetzt hier ab 15.965 ausschaut also den trade habe ich verpasst hier unten war ich kurz fokussiert einzige chance wäre gewesen auf der 18 zuzuschlagen und ich wäre jetzt auch schon raus also ich hätte wahrscheinlich hier jetzt die 40 punkte nicht am stück mitgenommen genau hier unten den dau den wollte ich nochmal umschalten auf minute der kommt hier auch sein wenn sie hoch dran so ist im übrigen der dau fuß schon nicht wundern falls ihr andere werte habt und denkt was ist da los hat er während einen anderen einen anderen dau ist der dau fuß schon sieht man hier um h22 so gut gut der heinz fragt mich habe immer in kur immer den eindruck dass an bestimmten marken der markt komplett dreht sind das alkohol ja also man muss sagen der markt ist teilweise handelt der auf den tick genau und und vielleicht eine erklärung die dafür die dafür sprechen kann vor allem in der range wenn ihr meine range beobachtet im nasdaq das ist manchmal so brutal und leute die in der range die in der range auf dem ausbruch handeln werden im nasdaq gegrillt also man kann das nicht anders sagen ich habe ganz am anfang wo ich auch mal den nasdaq gehandelt habe auch immer mal den ausbruch versucht zu handeln und war genau an der range kante dann halt oder zwei drei punkte davor dann auf den ausbruch dann drin und muss sagen ich habe da auch teilweise am anfang massiv auf die mütze bekommen deswegen also wenn eine range gebrochen wird wartet den ausbruch ab weil der markt ist da ganz fies und die frage warum das so ist ist für mich oder das ist teilweise so extrem auf den tick läuft ist für mich dass der markt hier sehr stark alkohol basiert ist jetzt ist natürlich die frage wie wie wird das gehandelt ja so und gehandelt wird sowas wie gesagt genau wissen tue ich auch nicht ich kann es nur aufgrund von erfahrungen und kenntnisse euch sagen und es kann auch sein dass es nicht richtig ist ja aber es gibt man kann sich oder wenn man sich anschaut welcher order möglichkeiten sich algos bedienen und dann gibt es dort eine entsprechende order die nennt sich market if touch und ich glaube dass an diesen range kanten viele dieser market if touch orders liegen was bedeutet das kann man hier vielleicht nochmal wie gesagt ich mache jetzt bei der wohle aktuell eh kein trade deswegen kann man das thema noch mal ganz kurz hier oder ich hoffe es ist ja okay für euch nochmal kurz aufgreifen okay sogenannte market if touch orders das heißt vielleicht finde ich nachher mal noch eine range wo ihr seht wo es auf dem punkt genau ist und wenn man auch sich den order flow also anschaut wie die trades ausgeführt werden dann glaube ich schon dass das solche market if touch orders sind man stellt ich versuche es jetzt mal so ein bisschen zu skizzieren wie es im nasdaq so ausschaut also wirklich so also gibt es zwei zwei sachen die ich manchmal sehe im nasdaq future ist dass der markt halt hier so runter gedrillt wird richtig gedrillt also wirklich man hat so ganz kleine viele kleine und dann sieht man so ein drop runter auf die unterstützung also wir gehen davon aus das ist eine fertig definierte unterstützung hier und von diesem aus geht der markt genauso nach oben und genau auf den tick genau der markt handelt das level ich sage jetzt mal da steht 15.900 so man würde diese order jetzt hier reinlegen und würde dem alco sagen okay oder der alco weiß das selber weil der sieht da ist der markt halt dreimal davon abgeprallt also legt er selbstständig für aus dort sein 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 trigger halt hin das heißt wenn der markt diese order anhandelt dann sagt er kaufe jetzt market kaufe jetzt im market 100 kontrakte so so und dieser diese bewegung hier und hier nach hier diese zehn punkte oder je nachdem wie breit diese range ist so fünf punkte im nasdaq laufen im millisekunden bereich man hat keine chance das zu sehen man sieht einfach nur ein strich nach oben wenn ich einen sekunden chart an mache ja und das ist für mich dann das zeichen dass da genannte sogenannte market if touch orders liegen was macht die limit seite die limit seite löscht die limit seite löscht zudem ihre verkaufs orders und wenn jetzt die market order reinkommt geht der markt halt relativ schnell nach oben wenn wir uns das hier in einem footprint chart anschauen würden also in zum letter so dann wäre es halt so dann würden wir hier keine ahnung hier sehen wir eine 1 dann sehen wir 0 0 1 0 3 0 und so weiter ja so warum warum entstehen hier die nullen in diesen bereichen wurde nicht gehandelt weil da keiner weil diese market order trifft halt auf ganz geringes limit volumen und deswegen springt der markt durch diese durch diese bereiche durch weil hier liegt halt im limit seite also das gegen die gegenseite die jetzt hier ausgeführt wird das ist die a wie aggressive seite oder dynamische seite und das hier das heißt die limit seite das heißt die limit sell orders würde hier liegen ein kontrakt dann würde gar keine limit order liegen limit order ein kontrakt hier drei das werden die limit orders dagegen unterschreibt einfach mal hin limit so und deswegen meiner meinung nach also nur auf grundlage dessen wie es an manchen range kanten läuft sind das für mich sogenannte market of touch orders die halt aktiviert werden auf den tick genau und wie gesagt man kann das auch sehen wenn man jetzt wirklich in den extrem kleinen zeiteinheiten unterwegs wäre dann würde man das sehen und man sieht es dann manchmal in diesem chart hier gut der ist jetzt wahrscheinlich ja so und da wird es man sehen wie der markt dann an sowas rum dreht vielleicht auch heute jetzt sicher nicht so das passende also der heute nicht das passende der passende verlauf dazu aber hier hier war ja ganz gut zum beispiel hier also hier sieht man zum beispiel so einer wie genau der markt dann so ein limit also so was hält und was wir hier sehen ist ein drei sekunden schad also ja und da sieht man es auch wie genau das halt hält kaufen 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 so und der markt gibt immer dahin und geht dann weg und wie gesagt wir haben jetzt hier oder hier das sind halt wirklich das läuft hier in sekündchen runter und zack wieder hoch also das 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 sieht man kaum mit dem auge war und das ist dann schon natürlich dann relativ interessant so wie gesagt jetzt muss man aufpassen dass sich das hier nicht aufhängt aber gab es noch mal hier so eine phase wie sagt es ist nicht jeden tag kommt das so vor aber durchaus gibt es da zeiten wo der markt dann auf sowas steht und wo die halt aktiv sind ich hatte irgendwo oder ich hier also wer hier zum beispiel ich bewege mich schneller als das ding halt lädt so genau ich nehme mal als beispiel hier da sieht man ja auch wie gesagt das ist jetzt aber hat sicherlich auch kurz vor der öffnung jetzt vielleicht nicht so viel aussagekraft aber ihr seht es hier wenn man hier auf dem break out halt an so einer marke halt handelt der markt der hätte das ding halt genau so dass die eröffnung die ist halt sehr volatil gewesen heute ja und leider kann ich die wohl erst gerade so dass die hier nicht auf den chart passt ich kann den chart nicht weiter stauchen also ich kann den nur aufziehen ich kann den nicht weiter zusammenschieben also nicht kleiner machen so hoch ist die wohle genau also da sieht man zeit und ja es ist schon schon abartig dass wir halt so lange kerzen sehen na ja und der markt holt sich halt immer wieder gewisse levels ab also im nasdaq kann man sich eigentlich immer merken warten auf den retest der markt holt sich das level um noch mal nur als beispiel mich hier läuft der markt von diesem bereich aus keine ahnung ist 30 punkte 40 punkte weg kommt an diesen noch mal dran und ihr seht dass hier hier wird der markt runter gedrillt also wirklich wahnsinnig runter und dann kommt dieser extreme push und das ding wird diese diese wird gekauft und dann geht es halt wieder hoch nach so und das nicht dass ich wüsste dass das passiert ganz ehrlich das weiß ich nicht ich sehe das nur aber es ist halt schon krass von dass der markt dann sowas halt macht und dann doch wieder steigt halt ja schon wahnsinn nur gestört im nestex sagt man ja auch aber wie gesagt kommt mit dem markt eigentlich ganz ansonsten ganz gut klar wichtig ist man darf sich nur nicht ein fixen lassen vom markt und dann dann ist das eigentlich ein gut handelbarer markt und dann durchaus auch ergiebiger markt rein von der volatilität und den möglichen profit er denn damit verbunden wird so was wir jetzt hier ganz gut sehen wenn wir uns mal auf den fünf minuten schad hier fokussieren dann seht ihr hier eröffnungs- und schlusskurse alles darüber sind lunden also ich hier sieht es gerade so ein bisschen aus dass der markt hier vielleicht eventuell so ein bisschen fertig hat dagegen haben wir hier die aufwärtsbewegung also hier mal gucken ob der markt wie jetzt die fünf minuten kerze richtung 16.05 hat schließt ja aber man merkt jetzt hier schon da da ist so ein bisschen was ja bei in der kasse als solches gibt es jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel zu sagen wir haben ich hole ich die mal hierher die top neun werte man sieht da ganz oben die apple die sieht genauso fast aus wie der nasdaq heute dann daneben die microsoft die ist am tages also hier am intraday hoch dran also am tages hoch ja und deutlich über dem tages hoch von gestern drüber also deutliches abgab hier und dann sehen wir hier die amazon die mit dem tages hoch von gestern zu kämpfen hat und wer am schwächsten ist gerade ihr paypal ja die die sind relativ schwach unterwegs die haben nur ihr gap geschlossen also an den schlusskurs gelaufen und dann hier nach unten weg cisco relativ seitwärts und ausgeboren also ihr seht karte ist die kasse jeder jeder wert macht so so kocht so ein bisschen sein eigenes süppchen und deswegen ist das bild dann auch so zerstört im nasdaq tesla macht heute hat kein drive aktuell aber da kann man ja auch noch mal das bild zeigen leicht die tesla den eintag hier nach dem tipp ich bin nach oben gezogen also wenn solche werte halt massiv dann halt steigen dann also hier sehen wir okay der widerstand bestätigt sich so ein bisschen er hat die stunde hat ja natürlich noch einiges der der 15 minuten schadet jetzt auch nicht so prall aus also das sind das wenn hier wirklich korte skype trades ja das wäre eigentlich schon ein ganz cooler trott hier gewesen jetzt also zumindest dass den widerstand auf der 66 zu erkennen jetzt mal gucken wie der drop kommt wichtig wenn der markt das nur an fix und er geht über die 46 wieder darüber kann es auch sein dass am ende das tief verkauf und hier nur sozusagen unter diesem das abholen also ihr kennt ja auch von meinen ausbildungsinhalten bei fx flat ist findet ihr auch noch ältere aufzeichnungen wo der markt ja wo ich auch unter dem tief long schauer und über dem hoch eher short also wäre aktuell hier der bereich über dem short über dem hoch einer fünf minuten kerze eher die short seite unter dem tief dann die long seite also gilt natürlich immer nur bei range ist ja also idealerweise so range ist chaotischer markt und für mich ist das hier eher ein chaotischer markt also kein markt mit einer arten trend dynamik und von dort von daher muss man halt mal gucken wie gesagt von der range her ist die auch nicht wirklich ganz also ist schon okay also die range hier oben der widerstandsbereich hat ganz gut gefruchtet ja aus den hochs und so dass das passt schon jetzt immer halt wenn man jetzt hier short handelt hat in der mitte hat drin und muss weit überlegen ob das für ein okay ist wenn man jetzt hier in der mitte handelt und wie gesagt stops 25 punkte muss man da schon mal eventuell einkalkulieren oder mit mehreren kontrakten dass man sich dann aus der nummer noch mal vielleicht gut herausstellen kann gut also deswegen auch wie gesagt warten ich mache manchmal manchmal mache ich viele trades vor allem dann wenn der markt hat das merke ich immer wieder halt nicht sauber läuft und immer noch mal eine extra runde drehen muss und dann produziert man eigentlich nur kosten und hat halt nichts davon und wichtig für mich ist eigentlich hier ist sich auf punkte zu fokussieren wo man sagt da habe ich eine idee und dann muss man auch relativ schnell nahe dieses punkt ist dann auch handeln können das ist dann wichtig so jetzt seht das hier in der in den letzten beiden minuten der fünf minuten kerze drin die hier am stück wieder voll am rad 30 punkte hoch und deswegen muss man da halt vorsichtig sein wenn ich hier den short gemacht hätte ja vielleicht wäre ich raus vielleicht plus minus null also ein trade der zehn punkte vorne ist den lasse auf alle fälle nicht mehr ins verlust laufen also hier ganz fies gemacht ja wenn wir jetzt nur uns den fünf minuten chart only angucken würden machen wir mal kurz damit man sieht die fiese nummer ja also hier die fiese nummer ist ganz fies gemacht das ist ein richtiger fieser rund hier wisst ihr wie ich eigentlich die so eine kerze nenne weil ich alles sagen darf man hier schimpfwörter verwenden oder wird das rausgepiept nelsen kommt auf das wort an ja also jede kerze die so ausschaut egal auf welcher zeitebene also vor allem kerzen die richtig lange lunden haben und dann drehen egal auf welcher zeiteinheit sind für mich fuck you kerzen warum weil natürlich erst derzeit wirklich da könnte man schon den finger mittelfinger an dem bildschirm halten weil wenn man jetzt wirklich im sinne der range hat hier den short halt auch macht ja wird man halt raus rausgekickert ja und ja also für mich solche kerzen das haben diesen namen also ich sage dieses wort des öfteren wenn ich sowas sehe fachbegriff ist einfach begriff sollte ich hier in die traiter terminologie einführen ich zeige euch mal zum beispiel auf stundenebene gibt es halt richtig fiese von von diesen von diesen nummern und eine war ja erst letztens gewesen also das ist jetzt noch nicht ganz so viel es vielleicht noch so ein bisschen kontext passt aber einer dieser richtigen ist ja dieses jahr so halt zurück so richtig so kerzen mit so richtig langen dochten lunden die halt auch immer mal was rausholen ja also so eine kerze weil ganz klar wenn ich mir mal das bild ohne zu wissen wie es bis dahin läuft aber wir haben hier eine abwärtsbewegung ja so dann eine erholung dann seitwärts und hier nehmen wir jetzt wieder die abwärtsbewegung auf eigentlich ganz klassisch einstieg im trend short whatever wenn man jetzt mal nur den ausschnitt hier betrachtet und dann sieht man halt dass der markt hier wahnsinnig runter dreht und dann halt oben schließt und das ist natürlich schon ganz schöner fck so also da muss man halt aufpassen das gute ist natürlich eine stunde hat er auch ein bisschen zeit ach das ist jetzt ich bin vier stunden schad aber im stunden schad wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen oder da gibt es wahrscheinlich auch so eine kerze hier muss man jetzt mal gucken ja gut jetzt hier im stunden schad war sie jetzt nicht so aber ihr wisst ja was ich jetzt meine mit diesen kerzen gut das sieht ja hier sieht sogar noch fast harmonisch aus aber auch vier stunden ebene was denn nicht und auf tagesebene natürlich mit unserem ja auf tagesebene hat dass der markt 400 punkte runterdreht und wieder kauft ist natürlich genau das gleiche thema hat auch was ich oben rechts im delhi hat hatte also die kerze ist ja am ende dann auch so was wenn man es möchte da hat aber der markt den ganzen tag zeit aber ganz ehrlich wer dort auf dem weg nach unten die schwarzeit hat und muss die dann zähne knirschend rausstellen weil der markt halt immer höher dreht immer höher dreht immer höher dreht der sagt sich das wahrscheinlich auch so gut also aus dieser ganz fiesen nummer also das ist natürlich ganz fies hier finde ich also nicht ganz ganz fies aber es ist schon gemein so und es bringt halt durchaus und stellt euch mal vor man man hat hier wirklich den short getroffen und ich versuche mich da auch immer die lage rein zu versetzen weil am ende wird es mir genauso gehen ja und dann sieht man wie die kerze oben schließt und ja und dann gibt es hier den stop loss und vielleicht tut diese kerze in den nächsten zwei minuten wieder runter drehen ja und wir sind dann hier sind der kerze auf einmal ja und man denkt sich so ein punkt und punkt was soll das also von daher also die struktur jetzt auch hier im fünf minuten chart gefällt mir jetzt nicht wirklich also es mehren sich die anzeichen dass wir vielleicht dieses thema bekommen unter dem tief wie gesagt hier haben wir so das erste mal richtig gut gesehen also über dem hoch der kerze short unter dem tief der kerze long also das heißt hier der long trade wäre mit der methodik jetzt gerade ist der richtige innerhalb dieser range und jetzt immer hier den breakout aus der range naja also so richtig lust zum handeln habe ich ehrlich gesagt nicht kann jetzt sein auch dass man sich dann in so einer phase bringt wo man vielleicht jetzt kommt so dieser punkt bei mir vielleicht auch ganz interessant wo ich sage auf der einen seite möchte ich gar nicht handeln klar ist dann fällt die anspannung von einem wollen wir dann nicht mehr so fokussiert ist und dann kann es natürlich schon auch sein dass man dann einen guten trade hat auch vielleicht verpasst aber schlimmer ist für mich manchmal sage ich auch ich will eigentlich nicht handeln oder ich mache feierabend und dann auf einmal sitze ich doch noch eine stunde da und wenn ich mich dann in der situation gebracht habe die nicht gerade zum vorteil also er zum verlust führt dann ist ja der weg frei fürs desaster aber dann geht es los man hat man 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 war gut im gewinn gewesen vielleicht man denkt sich ach komm mach ich noch den ein trade dann geht es eigentlich aber nach hause und dann kommt da vielleicht ein größerer loss zustande wollen man ja relativ lax mit seinem stopp umgegangen ist denkt sich na gut jetzt gebe ich halt dann den gewinn wieder her und dann ist man doch bei null und will das nicht und er am ende kann das dann halt zu einem drama halt führen also da muss man schon gucken so die 15 minuten kerze hat auch 15 minuten chart kann man sogar recht gut long interpretieren vom vom ansatz der außen kerzen her mal gucken wie diese wie diese wie diese kerze hier schließt ja also die 15 minuten chart macht hier eine ganz gute figur warum wir sehen hier im 15 minuten chart im schon fünf minuten chart vielleicht nicht ganz so gut zu sehen wir haben hier die lange außen kertet als eröffnung dann der drive nach unten nur bis zum eröffnungskurs der kerze oder bis zur eröffnung auch das damit des kasse handels ja und da merkt man okay da war der schluss und jetzt die die jetzt dieses dreimal piepen oder zweimal piepen heißt 15 minuten sind rum ja und die kerze schließt jetzt wenn ich das bild hält er zwar aber ich würde jetzt mal mit recht hoher wahrscheinlichkeit annehmen in den letzten drei sekunden dass die kerze jetzt auf neu hoch geschlossen hat so dass wir hier ja sogar trendig unterwegs sind noch auf der ebene so ja heißt für mich ja ist ein sehr sehr verzwicktes bild im stunden chart sehe ich relativ viel dort und lunter im stunden 15 minuten chart habe ich vom bild her ja trendig mit innen kerzen und im fünf minuten chart reicht einen akut chart keine ahnung also abwechselnd man müsste jetzt hier überlegen wenn die bewegung nach unten jetzt im 15 minuten chart dafür gemacht ist dass es die lunte wird weil die weil wir jetzt schon eine kerze hatten die auf neuem hoch geschlossen hat dann wäre es natürlich gut wenn man halt auch unter dem tief der fünf minuten kerzen dann eventuell schaut ob wir hier mögliche dann finden ja aber 15 minuten am hoch geschlossen hier direkt erst mal runter gedreht naja ja da aussieht natürlich auch brutalst hässlich aus also auch range vorm herrn die schritt hat er dort eine linie liegen dass der mag da nicht weiter kommt so gut gehen wir mal runter auf einen minuten chart das ist mehr es ist ganz gut ich glaube in meinem ohne euch hätte ich einiges gehandelt ich wüsste natürlich jetzt nicht wie das ergebnis ist aber es könnte hätte auch sein können dass da wenn keiner sowie heute acht euro minus stehen oder zwei euro minus die ich habe sondern dass das wesentlich höher aus eventuell ich weiß es nicht ausgefallen wäre ja und vielleicht hier sieht man noch mal so ein problem was wir jetzt auch im ein minuten chart haben denn das wünschte man sich dass man das gerne trifft aber das ist halt relativ eher selten wir sehen hier drei ein minuten kerzen die schön am stück gelaufen sind hier sind es vier minuten kerzen die richtig schön strecke gemacht haben und hier sind es auch ein zwei drei vier fünf sechs minuten die richtig gut strecke gemacht haben und dazwischen ist halt nur hickhack so das problem ist halt wenn man da genau diese drei vier fünf minuten halt nicht erwischt ist es halt so man ist halt paar minuten vorne und dann direkt wieder hinten oder in der folge minute ist gleich ist man gleich wieder plus minus 0 oder man dreht sogar ins minus und da gehört auch für mich also meiner meinung nach einfach auch so ein bisschen glück dazu gut also ganz ehrlich habe bei dem chart keine idee keine wirkliche idee dass wenn ich hier so trades machen wollen würde er dann ich könnte jetzt mal hier noch mal gucken ob man aus dem vielleicht aus dem aus kurzen zeitebene hier aus dem tic chart den ich ganz gerne mal habe ob man da vielleicht sowas sieht ja auch da ist jetzt nicht also rätseln könnte ich jetzt wenn die 15.190 nicht noch mal geholt werden dass wir da vielleicht dann wieder tiefer gehen habe das alles jahr rätselraten mit drei fragezeichen du ganz ehrlich da finde ich jetzt nicht wirklich was spannend ist was könnten spannend sein habt ihr was spannend ist also was hier auffällt das zumindestens mal die 71 71 und wie gesagt ist hier der tic chart also wenn ich immer schon zum preisbereich ein zeichnen wo der markt hier dreht hier oben da hat er schon einige male gedreht so damals darauf aufgesessen mal gucken wie weit es nach oben geht i don't know ich habe da keine idee i have no idea das ist der reine kassafutcher auch interessant dass man halt hier nach unten das gap zu gestern hat offen gelassen hat ja also den kassaklos gar nicht noch mal erreicht hat das hoch die 39 also wenn man den reinen chart nimmt von 15 30 bis 22 uhr dann sieht das hier so aus was habe ich gesagt 15 30 bis 22 uhr naja sollen sie machen also bin ein bisschen lost und da ist es auch ganz gut nicht zu handeln also man muss sich halt ja man muss halt schon eine idee finden wo man sagt da habe ich einen vorteil also vorteil wäre jetzt hier aktuell unter dem tief der fünf minuten kerze denn den long zu suchen der wäre so ein bisschen hier angelaufen aber das ist auch alles so wenn ich halt versuche was zu finden auf teufel komm raus ist es halt auch kein gutes zeichen soll ich dann aber man dann halt irgendwelche argumente klar ich habe natürlich über 20 jahren hat man hunderte von argumenten die man nutzen kann die vielleicht einen positiven trade abwerfen würden aber wenn ich die verkehrten argumente zur verkehrten zeit nehme dann ziehe ich mir ein los nachher anderen rein gut also jetzt sieht wieder ein bisschen leicht trendig aus also von dem hoch der abverkauf und das meine ich jetzt wenn jetzt die kerze in den nächsten paar minuten also das würde ich ja hier machen oder reicht das nicht irgendwo so schön den chart größer machen dass man die uhrzeit sieht jetzt sieht man sie ja ihr seht jetzt wenn der markt jetzt diese lunde im fünf minuten chart verteidigen sollte also vielleicht oberhalb der 86 oder 77 bleibt dann hat der markt jetzt hier noch ja acht minuten zeit um noch mal eine weitere gute 15 minuten kerze dran zu basteln wie gesagt da oben im stunden chart da ist nun ein reines rumgedochter und das ist halt da kann man halt mal raten was da passiert und der fünf minuten sieht halt für mich halt auch hässlich aus ich lass das mal ich lass das mal gehört halt auch dazu das muss man ja erkennen auch dass man weiß also ich fange halt an vielleicht noch mal so als idee ich fange halt an wenn der markt dann 15 30 anfängt mitzudenken erst mal so was hat er vor da ist immer die frage was hat er vor was was machst du heute also und dann dann nehme ich ein paar gedanken und denke mir okay das ist ein long signal das ist ein short signal dann gucke ich ob der markt weil ich weiß der hat ja den ganzen tag auch zeit ob der markt das umsetzen wird und manchmal ist halt dann so als beispiel sagt jetzt das ist ja die 77 long signal ja und plötzlich sieht man dass der markt hier wie wie bescheuert er durchfällt 50 punkte denkt man sich oh gut gut also mein gedanke passt überhaupt nicht zum markt na und und so komme ich dann da drauf und merke okay also irgendwie das verstehe zum beispiel jetzt jetzt würde ich denken okay was weiß ich wenn die minute wieder hoch zieht oder über der 70 schließt hätte ich die chance noch unter dem tief nach dem long zu suchen so und das heißt gedanklich bin ich hier auf long und und logge dann auch für mich gedanklich dann wenn der markt zu hoch kommt würde ich sagen okay logge ich ein 77 und stoppe keine ahnung 62 und dann schaue ich ob der trade durchlaufen würde ja ich habe jetzt hier kein demokonto sonst hätte ich jetzt im demokonto hier mal geklickt oder ich kann das ja auch im demokonto klicken und sagen gut so keine ahnung dann klickt man das halt im demo account und guckt was daraus geworden wäre es geht jetzt darum zu sagen ist denn das was ich mir denke passt das halt so wenn das jetzt hier passt und ich würde theoretische 10 oder 15 punkte machen dann ist auch okay weil ich halt weiß dass der markt das ja noch 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 einen halben tag so spielen kann und dann habe ich zwar jetzt kein gewinn realisiert aber es geht erst mal darum dass die denkweise überhaupt zu der des marktes halt passen muss so ja und dann bin ich jetzt gedanklich hier in dem long trainer und sehe okay da denke dann so ein bisschen mit okay bist fünf punkte vorne zehn punkte vorne okay jetzt muss er hier die 85 nehmen wenn er die nicht nimmt musste überlegen gehst du raus ja und klar das kann man jetzt auch im demo modus einfach mal mit klicken dann es geht mir hier nicht um den gewinn es geht darum zu verstehen kann ich die struktur dieses marktes also diesen eiertanz hier aufnehmen und könnte ich das überhaupt gewinnbringtheit umsetzen 36.448 gut da sind wir noch ein bisschen weg ja und genau genauer sagt er das auch schon öfters also aktuell wieder wäre es unter das unter dem tief der long ja oder am tief das muss man denn für sich überlegen wie weit lässt man den markt runter kommen oder ab wann würde man den ziehen ja oder wartet man die minute halt ab aber rein vom cav jetzt daher nur mal betrachtet hier unten den hat man sich anders machen hier unten den long zu suchen war jetzt wäre nicht verkehrt gewesen also aktuell wenn man jetzt hier an der 77 als beispiel den long geklickt hätte wäre man zehn punkte vorne los auch zehn punkte und so was in der dreher wäre okay und man kann auch mit plus zehn aussteigen oder wenn man weiß okay die shorts sucht man halt jetzt vielleicht über dem hoch der kerze hat dann wäre das halt auch eine idee hier oben den short zu beenden mit dem wissen aber auch dass wenn die fünf minuten kerze hier recht bullisch wird ja dann denkt dran denn kann auch die 15 minuten kerze noch mal ins positive drehen und das war jetzt nur zum dort bilden hier alles gedacht lunde bilden sorry im 15 minuten chart wäre halt auch eine idee so dann schauen wir mal 15 30 vielleicht gibt es ja hier doch noch ein long trade mal sehen mal gucken so also kurz wieder runter gedippt wieder hoch ich traue mich gar nicht ich habe gerade gedanklich denke ich mir gerade die ganze zeit jetzt jetzt weißt laberst denn eine dreiviertelstunde hier dass das kein schöner markt ist und so weiter ja aber wir gucken mal also da da achte ich dann schon drauf wenn die die 15 minuten kerze hat noch drei minuten das ist passend mit der fünf minuten kerze und wenn wenn was passiert und wenn die kerze grün werden soll dann muss er das ja logischerweise jetzt machen also das heißt manchmal trete ich dann schon in der zeit da gezwungen zu werden also hier in dem rücklauf wäre ich auch schon wieder raus das wäre jetzt ein trade plus minus neu ganz ehrlich wenn ich den geklickt hätte und mit dem wissen natürlich am hoch der fünf minuten kerze auch nach nach dem exit zu schauen gut aber jetzt habe ich nur gerade gedacht wenn ich jetzt drücke und dann fällt der markt dann geht genau das los was ich euch gerade just davor erzählt habe deswegen habe ich jetzt am ende auch nicht geklickt aber gedanklich bin ich in einem long halt ja sicherlich heute hier kein trade gemacht aber es war halt auch nicht jetzt wirklich die struktur und unter umständen hätte ich sehr viel arbeiten müssen für eventuell minimalen profit weil wenn da ein schlechter entry ist da muss man weite umwege eventuell in kauf nehmen und ja die volatilität ja hier ja trotzdem 100 punkte gedanklich bin ich millionär das ist gut ja aber so muss man sich fühlen und wichtig ist dann im konto nicht überhebeln ja nicht als millionär fühlen und position handeln wir wie ein millionär und dabei aber nur 10.000 euro auf dem account zu haben ja gut also wie gesagt schade heute dass halt nichts passiert ist aber vielleicht auch ganz gut so eine tage gibt es okay was was muss passieren damit am markt was passiert also wir sehen gerade dass wir von der kasse her gesehen sehr unterschiedliche verläufe haben also die 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 apple aktie kommt aktuell nicht über das tages hoch derzeit drüber microsoft komplett eingeschlafen bei der 322 hingegen die tesla aktie ist recht trendig aufwärts dagegen das cisco trendig abwärts ich habe auch so ein bisschen trend also wie gesagt die dominanz liegt hier nicht im future sondern in der kasse und deswegen ist der markt halt so läuft ja so hin und her und es gibt halt wenn der markt so in der kasse so läuft ja schon auch genau die also am ende ist das genau die struktur die dann dabei rumkommt die wir hier sehen ich habe jetzt gesagt hier mal bei den einzelwerten das gekennzeichnet und ihr seht ja da gibt es keine richtung und das wiederum bedeutet halt dass man sich stets und ständig genau darauf einlassen muss dass der markt halt eher unstrukturiert hat läuft weil hier sitzen jetzt keine trader die uns dauernd ausstoppen wollen sondern hier sitzen halt händler die oder algos die am ende nur gucken dass der markt halt also dass die dass das was die kasse macht und was der future macht dass die halt synchron läuft dass der spread zwischen kasse markt und future markt hat immer gewährleistet ist das heißt dass die arbitrage dann halt die markt hat immer wieder runterholt und dann kann es halt passieren dass hier ein wertheit steigt wir sehen vielleicht dann ich mach mal hier wir sehen die tesla steigt und jetzt mache ich mal den nq hier hin und wir sehen dass der nq halt steigt und jetzt kommt der nq halt an ein altes hoch ran hier und plötzlich sehen wir nennt stop loss welle der markt schnippt hier 6 7 8 9 10 punkte durch dadurch dass der gesamtmarkt sich sonst weiter nicht bewegt kommt die arbitrage und verkauft das hier zurück und dann gibt es einen kleinen rücksetzer an der tesla und entscheidet weiter und dann geht der markt wieder hoch das sind die mechanismen die dahinter stehen der zusammenhang ja und deswegen sieht das chartbild genauso aus so mein mein long trade wäre auf alle fälle jetzt hier nichts geworden die der 15 minuten chart hat hat es nicht gebracht der hat versagt ja beginnt neue 15 minuten kerze neue fünf minuten kerze neue halbe stunde die halbe stunde sieht natürlich genauso aus wie ich jetzt auch hier die stunde also bis dahin die stunde aussah sind ja nur zwei kerzen stunde und halbe stunde so und deswegen weiß man jetzt ungefähr wie auch die erste stunde aussagen aber ich kann ja für euch noch mal die halbe stunde hier an machen so gut und leicht und plus geschlossen hatte der hier das hat jetzt nicht gesehen wo ich den close jetzt nicht gesehen hatte ja also das heißt wenn die stunde halt an ihr bisheriges tief dran kommt dann ist es genau am tief der halben stunde dann so aus da unten dran kommt dann ja also dann doch wieder range ich aber in dem falle was hat was wäre gefruchtet aktuell der short über dem hoch aber wie gesagt hätte ich jetzt auch nicht gehandelt ja gut schade also ihr seht meine gedanken zum markt sind nicht ganz so passend und von daher bin ich total froh aktuell nicht gehandelt zu haben und ich werde wahrscheinlich jetzt hier auch direkt feier machen mein schatzi von der arbeit abholen und den den doji mm30 würde ich jetzt keine große gewichtung schenken am ende ist es halt am ende ist ja der doji in der halben stunde am ende ja sozusagen der verlauf hier also ich habe weiß jetzt nicht ob ich halbe stunde war beginn 16 uhr so hier also hier glaube ich kann das sein dass ich habe es jetzt nicht so so oder hier die kerze also am ende ist ja dass der verlauf von hier bis zum schlusskurs hier gewesen hat das ist ja die halbe stunde 1 2 3 4 5 6 genau hier ging es los ja das ist die das ist ja der verlauf in der halben stunde das wäre jetzt von der bedeutung für mich halt jetzt nichts das heißt dieses tief bisher hier das stunden tief bis dahin und auch gleichzeitig das tief der halben stunde was der markt hier gerade mit der kerze unterschritten hat da würde ich jetzt kein das wäre jetzt für mich jetzt nicht wichtig aktuell oder so wichtig hätte ich jetzt kein bezug dazu jetzt haben wir genau hier diese halbe stunde unterschritten was vielleicht einmal interessant werden könnte wenn denn die halbe stunde also die stunde fertig ist die frage wird jetzt sein wenn man jetzt die halbe stunde hier hernimmt ist halt die frage was passiert wenn der markt diesen bereich wir können ja auch noch mal einzeichnen also ist das ein reaktionsbereich der immer wieder gekauft wird wir sehen jetzt hier dass der markt auch vor und teilweise deutlich nach unten gedriftet ist ja und die frage die sich jetzt hier stellt gut das sieht jetzt erst mal bärisch aus aber wenn jetzt die halbe stunde oder die stunde am ende bis 17 uhr oben schließt ist ja jetzt mal bei 15.975 dann hätte man ja wieder eine lunte also die frage wird jetzt sein kauft man jetzt sich hier unter dieser halben stunde den markt wieder hoch so dass das am ende die kerze vielleicht so ausschaut oder verkauft man das halt und dass wir hier das extermal in diesem bereich eine lunte sehen und dass wir das einsehen aber das wie gesagt da hat der markt jetzt auch noch zeit also wir haben auf alle fälle gerade jemanden gesehen der hier in diesem markt erstmal sehr massiv rein verkauft hat ja vielleicht einen short trader oder jemand der dann doch seine longs jetzt hier geschlossen hat und das kann mir so ein bisschen aus dem future raus fast jeder einzelwert hat so ein bisschen diese bewegung jetzt hier so mitgemacht ja und vielleicht hat man jetzt auch den markt ein bisschen angestoßen ja wer hat die möglichkeit hat damit zum dom zu handeln der sieht dann so eine bewegung und dann durchaus ganz gut weil der markt das in so etappen macht das sieht dann immer wenn ich mir das hier so anzeigen dass er dann immer ganz cool aus weil der markt dann immer wie so knüppeln macht ja an den der halt handelt jetzt ist die bewegung ja vorbei aber vielleicht sieht man jetzt vor allem als wir eine gegenbewegung sehen dann sieht man was ich dann gleich meine mal gucken was ja genommen die 45 was passiert danach gucken wenn die jetzt zusammen sagt eigentlich will ich ja gar nicht handeln aber so ein knüppel ist jetzt gerade nicht zu sehen also wenn es jetzt so doll springt dann wäre es ein knüppel ja also man sieht dann halt einfach dass wir den handel haben also hier ist dann viel handel in dem bereich und in dem bereich ganz viel handelt dann gibt es eine stelle wo der markt ganz ganz wenig volumen hat und dann wieder ganz viel handelt und dann sieht man halt immer sowieso bereiche wo halt nur so 37 also keine zehn kontrakte gehandelt werden oder die 45 waren doch sie könnten gut werden vielleicht schauen wir mal wenn es hier runter geht oder die kerze anfängt braun zu werden aber ich mache kein trade also jetzt so fünf minuten hier vor der angst ich wollte euch so ein knüppel ihr zeigt mal gucken wenn der markt dynamik entlegt ja da ist so jetzt das ist genau so sehe dass wir der markt durchgesprungen ist und jetzt wenn er hier unten bleibt dann ist das der nächste handel ja und das da kann man dann schön die stops danach ziehen und das geht natürlich dann hier im future dann relativ gut so wo sind die knüppel ist da oben 200 euro weg der knüppel so knüppel und dann der nächste knüppel also so laufen die bewegungen im future hat ab also wenn der wenn die bewegung gut läuft dann bleibt er hier hängen ich habe jetzt zwei kontrakte drin einer zack das war uns so und dann kann man das gucken also ich habe hier oben noch mal ein limit reingeben da muss man sich in zeitlupe mal im dings angucken im youtube-video da sieht man es dann also ist jetzt nicht mit dem stereo trader gehandelt ist auch der große hier aber da kann man dann da sieht man dass wie das dann läuft ja und da hält man hier oben von der 45 aus sieht man das war eigentlich das sind so sprünge und das sind so microstructure immer so schön sagt und da wenn da eine bewegung läuft da läuft der markt dann halt genau darunter also hier ist jetzt echt druck auf dem kessel so jetzt gucken wir mal so das wäre hier der höchste knüppel aber sowas wird dann auch ganz schnell mal überrannt aber da darf man nur limitiert handeln ist auf alle fälle druck drauf so nächster knüppel jetzt ist sogar so viel dass gar keine zeit mehr ist ein bisschen hier zu anzuhalten ist das hier schon einer war schon einer zack hundert naja wie dem auch sei kann man ja sich dann ausprobieren ok also hier dann doch jetzt wieder trendstruktur also ihr seht da muss man das dann so läuft also so handel ich jetzt gerade derzeit wenn ich dann mal handelt wäre das halt so die idee hat jetzt auch nichts mit dem stereo zu tun aber man kann das ist das gute man kann es aber mit fx flat verbinden die software das ist eigentlich ganz cool ich denke mal im bei atas wird man das halt auch ähnlich hinbekommen aber dass das dann schon eine bewegung die hier dann im future hat ganz gut läuft und wo wirklich das ist das ist eigentlich eine bewegung das finde ich daher ganz gut das geht halt relativ schnell ja ich meine jetzt im mikro sind es dann halt immer mal ein zehner mal ein zwanziger aber da kann man auch so zwei dreihundert euro zusammen traden und wenn man sogar vielleicht damit positions management nur eine position hält und das krasse ist das ist halt so alkohol basiert dass wir dass ihr also irgendwann würde diese 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 bereiche überspringen und dann weiß man okay dann ist die bewegung auch so ziemlich durch aber so laufen halt die bewegung ab über drei vier fünf minuten und da kann man dann halt auch erst ein stop loss über sowas prinzipiell so halbwegs gut nachlegen für mich jetzt die bewegung durch da wir jetzt dieser bereiche hier übersprungen haben also wenn es hier noch mal so ein zeichner ja da gab es dann hier solche ausdehnungen dass ich hier und hier und hier und hier so das waren diese knubbel so und jetzt hat er hier die ersten beiden knubbel vielleicht oder ja also diese diese bereiche meine ich hier die viel gehandelt worden sind übersprungen und dann kann es halt auch sein dass der markt dann halt hier wieder das wieder zurück abwickelt wenn jetzt nichts nachkommt das muss man dann halt entsehen oder dann auf sowas achten so dann lösche ich das immer wieder um dann die nächste nächste wenn der move wieder intakt kommt den nächsten zu sehen und wie sagt die preis bei ich aber das ist halt das ist jetzt wieder haben wir sehen ob die bewegung jetzt wieder startet wir sehen wie schnell das jetzt gesprungen ist aber ihr seht hier dass ich hätte mal kurz anders mit ihr seht das hier das ist eine market sell order die hier drin ist sehr das ist hier der preis bereich bereich hier komplett übersprungen das sind von 88 bis 87 kommt also 1,25 punkte die innerhalb in just in einer sekunde market sell übersprungen werden ja und wie gesagt das wäre da ein bisschen ein auge dafür hat das sieht die algos dann da drinnen die ich jetzt nicht aber der sieht wieder wie genau das hält und 100 kontrakte gekauft und das ist aggressiv da muss man wieder aufpassen die 78 aber unsere 78 80 die haben wir ja hier auch schon immer öfters mal im spiel gehabt also vielleicht war es der letzte letzte move wenn er das hier überspringt als beispiel ja diesen bereich überspringt dann könnte man hier jetzt war ich zu langsam wäre das halt der bereich gewesen den hat er übersprungen hat also den hatte jetzt dazu gemacht aber die vier punkte die vier punkte dazu gemacht aber bis ich jetzt meine sell order gesetzt habe war der markt schon wieder weg naja so schnell geht's gut gut nur gut das ist demo ist so also lange kerze am ende der minute tief geschlossen und dann sieht man auch wie schnell der markt hier wie schnell man da plus minus 500 dann hat aber so kann man ja üben aber hier seht ihr wieder diese knügel geschichte und das wäre wieder der sprung wie gesagt kann man dann mal gucken ob man die nehmen kann gut ich werde dann soweit durch für heute ja wie gesagt selber jetzt kein trade gemacht ja der markt hat jetzt hier so ein bisschen fahrt aufgenommen wir sehen jetzt dass die kasse mehr und mehr gemeinschaftlich runter geht also hier kann es dann durchaus sein dass die bewegung an dominanz gewinnt also wir sehen jetzt dass ja die apple aktie wie gesagt hat das hier runtergegangen die microsoft ist jetzt hier gefallen die amazon auch von ihm hoch jetzt ans tagestief sogar schon gefallen die nvidia kommt auch an ihr tagestief ran hier die tesla ist ein bisschen noch nicht ganz so stark gefallen die facebook oder meta ist schon durch ihr tag durch das letzte tief gefallen und hier unten auch auch google unter und paypal weiter im trend und sysco jetzt auch nach dem seitwärts weit am trend und deswegen sehen wir zu den drive und das kann jetzt so sein dass da wie gesagt dass die aktien jetzt eher mitmachen was die was der future jetzt vorgibt dass die dominanz jetzt im future ist und deswegen wir genau diesen guten also diesen rhythmus was ich euch da gerade gezeigt hatte dass wir den dann halt so ein bisschen abspulen also hier ja gut jetzt weiß ich hab da jetzt nicht aufgepasst und ich würde das jetzt aber nicht aus den augen lassen aber dieser knubbelgeschichte hat dass die hier ja hat ganz gut funktioniert jetzt mal ein blick in die mikrostrukturen vielleicht auch mal ganz interessant für leute die noch ein bisschen tiefer einblicken also wichtig ist man darf da nicht den bezug zum markt verlieren aber dieser dieser drei minuten runter waren relativ gut alle getrieben also das für mich einen trade war bereich den ich dann halt wenn ich dann sonst handel auch im fünf sekunden bereich dann ganz gut handeln kann weil im fünf sekunden schade oder an der minute also wenn man man kann das auch in der minute handel man muss sich das dann vorstellen können aber um sich halt sachen vorstellen zu können muss man natürlich dann auch ein ein bisschen muss man mal sowas gesehen haben ja also vielleicht sich auch da mal die atta software dann holen von fx flat und dann kann man sich sowas so ein bisschen vorstellen und dann sieht man das läuft dann relativ ja relativ sauber also das ist jetzt das ist die letzte bewegung hier ja die läuft ja ich sag jetzt mal schon harmonisch das jetzt der tickt chart auf irgendein level was ich hier drin habe aufgetroffen relativ harmonisch das ganze so jetzt kommen uns das mal in fünf sekunden schaden mal ein da wo ich sonst an gucke ob es da auch gut ausschaut naja also also wenn jetzt das mal so nimmt dann sieht man hier im fünf sekunden chart eine sehr gute kontinuität also selbst im fünf sekunden chart schafft der markt ist nicht mal das hoch also nur hier einmal rauszunehmen aber sonst läuft er halt im fünf sekunden chart einfach relativ bis zur ersten unterstützung relativ gut nach unten kommen dann zurück und dann auch hier also da kann man sogar fünf sekunden schaden manchmal so ein trading stop nachziehen ja und wird dann halt nicht gestoppt eventuell aber man darf nie den bezug aufs große bild verlieren das ist ganz wichtig da muss man immer wieder aufpassen das ist denn nur ich sage jetzt mal der signal hol ich woanders her und die execution also die ausführen die passiert dann auf dieser ebene gut jetzt aber noch so interessant bleibt zeit für den markt auch krass am tageshoch vom tageshoch direkt runter zum tages also zum neuen tief seit kasse eröffnung ja und hier auch wieder jetzt fast zum tief von 14 30 wie sagt was her noch offen ist ist die ist kassagap oder könnt ihr darauf auch mal gucken der dörg macht das ja auch bei sich rein mal gucken ja ob sie mit drin ist da der klaus hier der kasse der wäre noch offen auf der 32 75 genau ich hoffe trotzdem dass ihr auch wenn ich kein trade gemacht habe wissen mitnehmen konntet weil am ende sollte es ja auch immer was sein damit ihr für euch erkennt wie denke ich wie kann man es handeln was ist meine denkweise und ja vielleicht auch möglichkeiten wie man sowas mal simulieren kann umsetzen kann ideen zu geben auf die man vielleicht selber noch nie geschaut hat wo man sagt oh das ist vielleicht interessant ja einfach auch zu erfahren wie gewisse strukturen halt ausge ja ausgespielt werden genau also auch nicht also auch ich wie gesagt habe in manchen märkten auch meine schwierigkeiten und wie sagt dann heißt es halt warten und also diese drei minuten werden was für mich gewesen auch jetzt im normalen handel also das werden dann endlich die minuten wo ich dann vielleicht mal gut nach vorne gekommen wäre wo jetzt strukturell halt über den dom den ich halt sonst für mich privat immer anhabe wo jetzt da ganz gut gelaufen ist mit den knubbeln so sind vielleicht zu den knubbeln genau wie müsste die ach so ah ja news gab 16 30 ist da habe ich irgendwas nicht auf dem schon gehabt ach so mittwoch 16 30 oder ja 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 wie immer mittwochs ja kann natürlich sein dass hier das öl und in bezug auf die inflation weil jetzt nicht was das öl jetzt gemacht hat klar aber das müsste man dann auch durchaus gucken aber kann auch sein dass dann mit 16 30 dann da einfach mehr booms reinkommt knubbel sind gut ja ja mir ist gerade kein anderes wort für knubbel eingefallen beule hört sich nicht ganz so gut an so wie müsste denn die m30 karte schließen damit du long kaufst boah na gut ich denke mal das hat sich jetzt überholt ja ja also für den long trade also am ende ist es schon so bei so die oder das ist ich habe es heute früh woanders auch gesagt jeder kentel chart ist am ende auch eine krasse lüge des marktverlaufs also am ende wenn man sich kerzen ganz genau betrachtet lügt uns der markt per se die hucke voll wenn man sich vor allem dochte und lunden ja was ich ja als faclu kerze beschrieben habe ja anschaut weil am ende ist jeder doch und jede lunde egal in welcher zeitebene wir uns die anschauen durchaus dafür gedacht um uns halt an der nase rumzuführen denn während des verlaufes ist ja das nicht zu sehen ja also das heißt auch jetzt die klar dass die stunde hat jetzt nicht mehr so viel zeit aber stellt euch mal vor man ist jetzt hier short weil der markt hat sehr trendig läuft so oder einer hat den ersten short verpasst und sucht jetzt hier unten seine shorts so jetzt fängt der markt hier an anzusteigen ja und steigt dann halt weiter an und geht dann da drüber um oder nimmt dann hier noch mal relativ tief die bewegen auf und man geht noch mal short und plötzlich geht der markt relativ schnell und steil nach oben und wir würden dann im stunden chart eine kerze sehen die halt so ausschaut also das wäre dann die kerze die hat hier oben angefangen die hat nur einen ganz kleinen bibbel oben dran und dann hier so eine lange lunde so und dann ist natürlich das für jeden trader der hier short war wenn ich das jetzt mal einzeichnen wo der trader zu dem zeitpunkt short war ja also hier in dem bereich war er dann short hier unten den ja dann ist das natürlich disaster dann ist das verarsche vom herrn und das ist halt genau das worauf man halt aufpassen muss dass das man halt auch die zeiteinheit in der man sich bewegt dann auch wartet bis die zu ende ist um zu wissen was nun so was oder was das nicht und ja deswegen ich wollte ich bin nämlich gerade bei meinem youtube video über so kinder charts und dessen deren interpretation zu machen und natürlich auch zu sagen was viele wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen oder was mir auch immer wieder auffällt was nicht so wahrgenommen wird das ja das in einer anderen zeiteinheit das zu dem zeitpunkt xy gut ausschaut aber am ende ja das ist auch ein disaster sein kann entry weil die kerze sich in einer anderen einheit nimmt dort oder eine lunde bildet je nachdem also man vielleicht da als empfehlung einfach mal schauen wo hat man sein trade platziert wer als trader es schafft oft innerhalb einer dort eines dort ist oder einer lunde den trade aufzuhaben hat oftmals den vorteil auf seiner seite also der beste vorteil natürlich wäre jetzt wenn man in der das wissen wir natürlich nicht zu dem zeitpunkt aber stellt euch vor man hätte gesagt ist jetzt nur nur damit man weiß was ich meine man hätte da oben ein short gehabt dann wäre der short hier in einem dort oben gewesen und wäre damit halt ganz gut nicht so gut sind halt trades wo dann doch daraus entsteht aber das wissen oder eine lunde das wissen wir ja immer erst hinterher das ist ja das problem aber da muss man halt immer drauf aufpassen ich habe letztens bei uns in meiner und unserer skype-grube haben wir einen trader der im dax im dax im dax noch mal kurz zeigen kann man ja offen ich mache das aus so tag ist schad so in den trader bei uns in der gruppe in der skype-gruppe der hat einen long trade eröffnet und zwar hier unten so da long trade eröffnet war natürlich zu dem zeitpunkt wurde eröffnet wurde sicherlich jetzt sah es noch nichts aus aber der da der trade halt in der lunde ist ist es solange die lunde halt im sinne des trendes halt nicht verkauft wird also ich meine einen tag vorher wenn man da den long hat waren wir auch weit vorne und wurde dann halt am nächsten tag ausgestoppt aber wenn die nachfolgende kerze diese lunde diese reaktion nicht noch mal weg verkauft hat natürlich einen sehr sehr guten einstieg ja und vielleicht kann es auch sein wenn der markt habe deutlich fällt dass hier oben in short zu suchen nicht das verkehrteste wäre was zu dem zeitpunkt in einem dieser wenn man hier oben in short sucht hier oben in short sucht ja dann ist das ja in der darunter liegenden zeiteinheit also wenn ich jetzt mal hier darunter liegende zeiteinheit hier ein zeichnet dann ist man halt voll gegen den trend halt short gegen den aufwärtstrend aber wer weiß vielleicht passiert ja genau das da drauf und ich meine das passt auch immer mit dem ansatz vom dörg halt der dörg versucht ja im widerstand halt die short zu suchen aber um in dem widerstand in short zu suchen muss der markt erstmal dahin steigen und das ist halt das was viele aus dem konzept bringt dass sie in einem fünf minuten chart sehen sie einen aufwärtstrend und klar auch in dem tageschart war das eine volle tageskerze aber wenn der markt dann in dem widerstandsbereich dann anfängt zu fallen und ich glaube ich habe heute in dem bereich ja auch hier also als widerstand so gehabt die 87 und wenn davon aus der markt irgendwann runter geht und dann anfängt vielleicht sogar noch die farbe hier zu verändern ja aus weiß macht schwarz dann ist der trade da oben nicht doof gewesen und deshalb was viele ja nicht akzeptieren und wenn man sich oder oder nicht verstehen ja klar wenn der markt hat immer höher steigt und die kerze wird immer länger immer länger immer länger dann ist natürlich ist es nicht gut also wenn man jetzt hier sagt bei der kerze ja da das wird jetzt der dort werden und er wird das halt nicht aber wenn man das halt schafft kann man hat man in der nachbetrachtung sieht das dann richtig gut aus wenn man mal den treten auf seiner zeitebene hochklappt und sieht okay ja das ist ein guter trade also deswegen der beste trade wäre dann hier der gewesen ja hier unten in dem bereich sagte an dem morgen das ist ja dieser diese eine montag gewesen mit diesem fetten gap aber wenn man überlegt man hätte hier unten eine long gehabt und dann der nachfolgetag also da wären wir hier schön in der rallye dabei gewesen also das ist halt das worauf ich so ein bisschen hinweisen wollte dass das auch den short in einem long trend auf einer anderen ebene zu einem dort führen kann und im besten falle ja hat man den höchsten punkt getroffen und man hat am ende den widerstand als widerstand genommen und gehandelt aber wie gesagt das weiß auch nicht was der markt dann heute noch so macht und ja so dreht und wendet sich der markt und jeder markt der jeder tag wo ihr einen dort und eine lunde seht ist genau so ein drehtag und klar probleme gibt es dann immer an den tagen wo der markt hat nicht dreht also da wo der markt halt nur so fällt drei vier tage am stück ist halt das wo viele trader halt am ende auch verlieren weil natürlich viele trader genau eigentlich schon auch unterstützung und widerstände handeln ja also hier vielleicht jetzt den widerstand gesehen haben und den handeln was jetzt auch heute bestätigt wird aber an zum tag wo es dann halt mal so einen ganz langen argen trendtag gibt wäre das natürlich dann die verkehrte entscheidung würde zu einem stop loss führen ist aber ein part des games und damit auch nicht weiter schlimm also von daher aber wenn es so läuft und so läuft sehr oftmals das märkte sich hin und her bewegen und deswegen kann man auch sowas handeln und sollte jetzt nicht darauf hören er hat du bist doch doof wie kann man da oben in short trade eingehen am ende wenn es der markt bestätigt ist alles gut gut jetzt habe ich nun viel gab viel geredet und ja ich hoffe dass ihr irgendwas vielleicht von der information die vielleicht bleibt was hängen vielleicht habe ich ja vielleicht seht ihr da irgendwo mehrwert ging das obwohl wir nicht getradet haben ging das webinar länger als gedacht und irgendwie hat sich hier mein dings verabschiedet mein mikro future der will gerade nicht gutes zeichen ein zeichen für feierabend tja will nicht mehr ihr glaubt hier das ist der normale future n q n q n q will nicht mehr macht feierabend jetzt geht er jetzt zeichnet danach kann man das handeln nelson wenn er das nachzeichnet wäre schön gern sehr schön ja dann würde ich immer stopptaste drücken warten bis der markt 100 punkte gelauft ist dann würde ich position eingehen und dann wieder play drücken das wäre doch mal ein feature was ihr einbauen könnt oder nicht jetzt weiß ich nicht was ich darauf antworten soll eher nicht eher nicht ja war auf alle fälle ein schönes webinar auch wenn ich halt nicht gehandelt habe hat es mir trotzdem spaß gemacht ich habe versucht ein bisschen wissen an mann zu bringen und würde mich freuen wenn wir uns dann nächsten monat sehen auch wieder der zweite mittwoch habe das datum ist gerade hier nicht vor mir liegen genau vielen dank heiko wie immer war das schöne knüppelige feierabend danke spannend und lustig so soll es auch sein ein bisschen spaß muss genau ich freue mich dann erst mal an der stelle für das feedback gefällt mir richtig gut weil es auch gutes feedback ist was ihr durch die bank weg kommt und ja an der stelle lange gemacht heute viel geredet viel an wissen habe ich euch mitgegeben situativ am chart ausgerichtet fx wird sicherlich der tage hochladen da kann man sich das auch noch mal anschauen wenn man da die muse hat vielleicht hat man ja was überhört übersehen und ich wünsche euch auf alle fälle viel spaß dabei beim auch durchaus kreative ausprobieren einfach mal testen im demo modus kann man alles was ich hier auch sage auch mal überprüfen testen vielleicht gibt es für den einen oder anderen das aha erlebnis so dass er dann sagt krass macht voll sinn gefällt mir gut baue ich mein trading ein bringt mich nach vorne wenn ihr feststellt okay ich probiere das auch mal aus wie der heiko das sieht aber ich klicke dann nach 14 tage gucke ich auf das ergebnis sehe das wäre in summe großer verlust gewesen mache ich doch nicht bringt mich nicht weiter aber ich verstehe was er mit mir sagen wollte und dann ist auch gut das ist halt das worauf ich unbedingt hinaus will wird er hat dass man da auch ein bisschen kreativ werden wird ich finde heute gar kein ende näsen so wir müssen jetzt ein ende machen ich muss jetzt mein schatz von arbeit ich lass dich mach ruhig weiter du kretsch da nicht rein bei manch anderem wird der hann abgedreht wird einfach ausgeschaltet wie ich gehört habe das das mache ich so also ich muss jetzt wirklich schluss machen es war halt einfach so gut und ich bin eigentlich in so einem guten redefluss dass ich wahrscheinlich noch zwei stunden hätte reden können aber dann würdet ihr wahrscheinlich einschlafen und das wollen wir nicht und deswegen entlasse ich euch auch in den feierabend und bedanke mich für eure aufmerksamkeit und dass ihr so lange durchgehalten habt und ich wiederhole mich dass ihr vielleicht was mitnehmt für euch für euer trading und dann wie sagte nelson sagt euch noch das datum und das nächste webinar stattfindet und da freue ich mich wieder riesig drauf mit euch am markt zu sehen zu denken zu handeln und zu diskutieren bis dahin tschüss und zurück zum nächsten ja vielen dank heiko ich schließe mich den feedbacks an hat mir auch super gefallen ein super start der webinar reihe und ja bei mir gibt es nicht zu lang das weißt du ja deswegen kann man es so lange machen wie du möchtest natürlich auch wenn die teilnehmer lust haben nächster termin ist 9.2 müsste das sein genau 9.2 und ja würde mich natürlich auch freuen wenn sie dann nächstes mal wieder dabei sind sie sind ja sowieso schon angemeldet für alle termine die wir schon online haben von daher einfach dann reinklicken ich wünsche noch für die restliche woche einen erfolgreichen erfolgreiches trading und natürlich alles gute bleiben sie gesund und bis zum nächsten mal dankeschön schönen abend tschüss